Halli, hallo, hallo oder herzlich willkommen. Hier bei mir, Survivor Marlin. Heute mal kein Survival-Selbstversuch. Heute möchte ich mal ein paar Worte an euch richten, an die Zuschauer, an die Fans, an die Leute, die mir so fleißig schreiben, die mir Kommentare da lassen. Ich stelle euch meine Videos angucken. Geil. Einfach nur geil sagenhaft. Bin jetzt bei über 10.000 Abonnenten. Bei der 10.000 Abonnenten-Geschichte wollte ich eigentlich eine Aktion machen, aber ich war im Urlaub. Sagts nicht weiter. Und deshalb jetzt auf diesem Wege. Ich starte wieder eine Dankeschön-Aktion und zwar habe ich mir überlegt, wieder was Persönliches, das heißt, irgendwelche Ausrüstungstools und so weiter, finde ich alles ein bisschen blöd, so unpersönlich. Ab sofort gibt es das Survival Marlin Fan T-Shirt und zwar auf meinen eigenen Partner-Shop von Shirtinator. Ich habe gesagt, die ersten drei haue ich rein. Unter dieses Video einfach einen Kommentar packen, kurz reinschreiben, ich bin Survival Marlin Fan, ich habe ja ein T-Shirt. Ja. Dann ziehe ich davon wieder drei Leute raus, schmeiße drei T-Shirts in die Runde, schreibe euch dann plötzlich an wegen der Größe und dann bekommt ihr dieses T-Shirt. Für alle anderen, die es dann leider nicht schaffen, gibt es jetzt aber die Möglichkeit, auf meinen Partner-Shop die Digga-Tug-Auf. Da unter anderem auch Pullis. Geht aber nur über diesen Link und der Link findet ihr immer in der Beschreibung. Also ab sofort, wenn ich das in jeden von meinen Videos in die Beschreibung reinpacken, dann könnt ihr da ganz entspannt mal raufgucken, reingucken, wie ihr wollt, wie ihr Bock habt. Was ich hinausgevollte, ja, danke. Einfach nur mal Danke sagen. Danke. 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 Und nicht vergessen, wer schlitz stirbt. So wäre mal die ist raus. Wir sehen uns in einer Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.